Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu Let's Play Portal, das letzte Mal haben wir jetzt ja entschieden nicht zu sterben und uns stattdessen durch diese, oh ne ist viel lustiger hier durch, durch diese Anlagen ja zu schleichen zu, wie soll ich das sagen, toll wie komme ich da, jetzt habe ich den Einsatz verpasst, verdammt, ja wir sind jetzt hier, hihihi, 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 witzig gewesen, aber macht es mich so, ha geschafft, ja wir haben uns entschieden nicht zu sterben und uns stattdessen durch diese Anlagen zu schleichen, muss ich hier runter, keine Ahnung, ich kann mal runtergehen, ok, das, sehr toll ich bin begeistert ja ja hier kann ich ein portal machen kann ich da aber muss ich dahin muss ich hierhin fährt ganz zurück ich glaube ich habe eine idee das hier nachher hier im portal dann stelle ich mich hier auf mal schauen ob das geht es geht und ich fahre runter juhu verdammt gehen noch mal das ganze so und jetzt ja genau ich musste oben hin ja wenn ich jetzt wieder unten gelandet werde ich wieder durch muss ich denn hin hallo muss ich eventuell dort drüben kann ich überhaupt zu übeln keine ahnung versuchen jetzt mal lieber abspeichern vielleicht wenn ich jetzt jetzt muss ich es richtig machen wenn ich hier ein klaus setze da ein stimmt das so ja könnte gehen verdammt ganz schlecht um nicht zu sagen verdammt schlecht anders ausgedrückt scheiße ich glaube ihr habt es begriffen was ich gemeint habe wo bin ich da ja das war beabsichtigt tust wollt ihr mich verarschen ich bin ich bin ich bin ich bin wieder hab keine lucht ich will nicht wir ändern wollen auch etwas hier durch zuhoeren firmen muss ich da hat sie irgendwo ein Exit Zeichen wenn ihr eins habt schreit nein ja ich nehme mal an ich muss da irgendwie raub so mein Instinkt nach wie mache ich das ein gescheites Punkt so und so, mal schauen aha 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 ähm das geht so nicht oder? äh kann ich eigentlich ein Portal durch? ne kann ich nicht kann kein Portal durch ein Portal fördern aber wenn ich jetzt hier im Portal da jetzt schaue ja, ja, das ist schon näher was da irgendwie runter und nicht sterben und bin ich hier irgendwie wow richtig ja, Exit da, hier unten nein ahem hier geht es nicht weiter ist das richtig? ja, sieht so aus als wäre das richtig ich habe Angst Ah so nö 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 Nein, 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 juhu! Nein, schieb mich nicht, juhu! Äh, nö! Äh, toll! Jetzt? Muss ich hier ein Portal machen? Dann... Kann ich hier irgendeins machen? Das gefällt mir. Äh? Kann das die Lösung sein? Huuh! Geilo! Ha! Speichern sofort, sonst werbe ich wieder. Oh, jetzt lagts, hallo? Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Hä? Runter? Oh! Warte zu. Also ich finde das viel spannender als diese Testkammern. So irgendwie in einem Komplex durch, äh, zu schleichen? Supporten, ha! Äh, okay, und jetzt? Was ist hier? Oh! Computer, help, Hilfe! Water! War ja ein Mensch! Naja. Gehen wir... wieder... durch! Ah, hier ist... nichts außer da. Wieso gefällt mir das nicht? Ja, ja, klar, 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 war klar. Ah, du... Und das lebt, äh. So, hoffentlich geht's wieder. Äh, was ist los? Naus! Jetzt kommt da noch einer. Hihi! Hier bin ich! Nein! Waaah! Hihi! Hahaha! Ist ja geil. Was bist du? Hallo? War das alles? Hm. Pfff! Hui! 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 Ach ja! Äh, ne Hand! Hm. Ich glaube, ich will da hoch. Glaube ich. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Hä? 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 Ah! Wow, was? Sie sind kein Untermensch. Das wissen Sie, oder? Mann! Lande nicht hier! Äh... Hören Sie mich? Hoppla! Hä? Hoppla! Das finde ich so geil! Du siehst nicht? Hä? Okay. Muss ich das verstehen? Ähm. Hier war eine Treppe. Betonung auf Waa. Oh, ein Radio. Kann ich nicht mehr anschalten. Naja. Äh, von da bin ich gekommen. Hm? Ah, Mann! Also, ich hoffe, dass ich... Äh, dass diese Probleme jetzt nicht immer und andauernd und überhaupt... Hä? Hä? Wo muss ich lachen? Huhu! Hä? 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 Hier kann ich kein Portal. vor der nase klar wie falle ich jetzt falle ich jetzt runter ich will irgendwie nicht das ist mir jetzt zu wir ja klar an der decke dann komme ich rüber aber will ich das überhaupt vielleicht will ich eher aufs rohr keine ahnung da lande ich auf dem rohr bringt mir das jetzt was ja das ist ein exit toll nachher vielleicht am boden kann ich da ja vielleicht vielleicht aber hier ja ich könnte auch einfach so überspringen ja wieso kompliziert wenn es auch einfach geht einfach als kompliziert so was uns hier erwartet das sehen wir dann im nächsten video bei der und bis zum nächsten mal